Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Battle of the Skate. Okay, ähm, einfach mal kurz, Interesse halber. Na, ich glaub nicht, dass hier noch irgendwas Neues dabei ist. Nix von Interesse, wie mir scheint. Ähm. Äh, noch ein paar Kugeln, aber ehrlich gesagt. Lohnt sich das dann auch nicht mehr. Okay, herein geht's. Mhm. Kriegsmagier? Mhm. Dann haben wir noch einen langen Tag für uns. Was bleibt noch zu tun? Corporal Duncan let a team of soldiers into the keep. It is the only avenue left for her to flee. Fortunately, our mages have already ordered the exit to the underground caverns you discovered. Hm. Ich glaub, er wirklich würde versuchen zu entkommen. Für mich wirkt sie eher wie jemand, der lieber mit einem großen Knall untergeht. Findet ihr nicht? Was könnte mir denn über die Verteidigung der Burg erzählen? All I know is the outer entrance are blocked by rubble, but our forces seem to have found a way in through the roof. Find Kalar and do what must be done. I'll see to it, the rest of the castle is secured and the Crusader is rounded up. Now go! Okay. Okay, das Platz hat sich gegen den Kreuzzug gewendet. Der Sieg ist unsicher. Ihr seid mir alle noch ein bisschen zu optimistisch. Nee, der Torsier ist jetzt so dieser typische, ja, General, der über eifrig oder beziehungsweise halt über zu sehr von sich überzeugt ist. Ähm, obwohl er seit der zehnten Tod ist, strahlen die Überreste des Roten Drachen äh, in dieser Burg eine Gefahr aus. Ja. Beruhiger wer? Hm, ist hier noch irgendwas Interessantes eigentlich? Nö, oder? Ja. Scheint nicht der Fall. Alles klar. Haben wir hier noch mehr Bürgermeer? Schöne Leiter. Ja. So, ja, wo ist denn der Rest? Ja, genau, äh, der Reine Steinert ist da. Und Dorsey ist da. Okay, hm, ich finde sie bereit dem ganzen Ende. Okay, hm, ich finde sie ähm, kein Künstler mehr. Ja gut, aber das, äh, typische. Ja, passt. Okay. Aber schön, dass du das Ganze überlebt hast. Da werden wir, wie gesagt, nur einmal die Hilfe gebraucht. Ah ja, da geht's rein. Okay. Mal gespeichert. Bin euch weit voraus, Chef. Ja, gucken, was wir ja an Schatz finden. Ah ja, Glück haben. Ich habe viele schöne Wälder. Mh, gut, dann, ähm, lassen Sie erst mal das ganze Zeug identifizieren, was wir noch nicht identifiziert haben. Ach, Streitklar plus zwei. Alles, für, Staub der Himmel. Ja, das war zu erwarten. Mh, können wir gucken, ob das was für, obwohl du bist, glaube ich, eher mit Langschwertern unterwegs. Haben wir noch eins. Auch das wäre plus zwei. Hm. Ich glaube, wir haben im, im Beutel noch was. Wenn mich nicht alles täuscht. Gut, aber wir machen es erst mal ins Verkaufen. So. Die können da nämlich weg. Äh, wir haben zwei Stäbe der Lähmung. Ich denke, da dürfte auch einer reichen. Ähm. Dann Klinge Schattens behalten wir auf jeden Fall mal. Hm. Ja, die können auf jeden Fall weg. Die kann man dann auch zusammenlegen, die Feuerpfeile. Äh, ich glaube, die Wurzeln sind übel, hau ich auch mal raus. Zack. Hm. Na, mal gucken. Wollen wir die Reinigungssteine überhaupt noch brauchen? Das ist halt auch eine Frage. So. Die Pappbolzen kannst du noch behalten. Hm. Ja, der Zweite kann auf jeden Fall lange Schwert schau ich mal. Der kann weg. Weg. So. Bei dir fangen wir mal an. So. Mit Schutzes, Streitkolben, das gucke ich noch mal. Äh. Und den starb der Himmel, glaube ich, auch. Oder? Ne, wir haben ja noch. So. Ah ja, genau. Der Schild kann auch weg. Oder? Würde dir jemand noch was bringen? Du hast, glaube ich, schon einen. Genau. Du hast auch schon was und ihr beiden äh, profitiert ja nicht von. Okay. Wir lehren mal aus. Dann hätten wir noch Start der Lähmung. Die Roben. Das wäre schon wieder zu viel. Ah, das Elfenkettenhemd. Ist also nicht identifiziert worden. Aber die Rüstung sollte aber ordentlich was bringen. Denke ich mal. Na, ich glaube, ich packe das auch mal wieder in den immer vollen Beutel. Und nehme dafür dann vielleicht den... Ja, das Elfkettenhemd zum Identifizieren mal mit raus. Ich habe, glaube ich, beides angeklickt, ne? So, weiter geht's. Mehr Zeug loswerden. Danach gucken wir, ob wir noch irgendwas einkaufen können. Aber ich glaube, was besonders Neues hast du jetzt auch nicht. Ach, fünfmal Feuer noch. Ach komm, das wird schon passen. Oh, das sehe ich nichts wert. Na gut, das ist halt auch verflucht. Lass erst mal raus. Einmal identifizieren. Elfenketten plus eins. Ähm, bringt was? Da, 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 da. Zwei mal wird nicht verhindert. Ja, okay. Ähm. Da könnte es tatsächlich nur du tragen, wie mir scheint. Wäre deutlich schlechter. Na gut, dann kommt das halt auch mal weg. So dunkel ist es doch hier nicht. So, dass er erstmal nicht allzu viel gebracht hat. Was nochmal raus? Dankeschön. So. Ah. Scheint das wohl auch verflucht zu sein. Wenn das so wenig wert ist. So, gucken wir mal grad. Bringt dir das was? Nein. Tut es nicht. Dann fliegt das auch. Aber wenn wir schon mal dabei sind, schmeiß mir den Rest auch noch mit raus. Gut. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss. Dann. Ich glaub, die Edelsteine spare ich mir jetzt noch. Geldmangel werden wir wie üblich wahrscheinlich nicht haben. Schützer der Faust. Ja, also auch maximal plus 2, 1 oder 2 Sachen, ja. Von da fern. Ähm, ja. Sollte das passen. Ähm, brauchst du noch irgendwas an Pfeilen? Ja. Ja. Plus 2 Pfeile wären halt noch cool, ne? Vielleicht noch mal Zauberbruchpfeile, je nachdem. Wir haben sogar plus 3 Pfeile, seh ich gerade. Ähm, vielleicht sollten wir die dann jetzt auch mal langsam langsam rausholen. So, ja. Statt der Eispfeile. Sehr schön. Ich glaub, die werden wir auch nicht mehr brauchen. Gut. Ich schmute jetzt noch das Langschwert. Das bringt nichts tatsächlich. Also fliegt das auch. So, ne. Du hattest es, ne? Tschüss. Gut. Dann speichern wir das Ganze mal. Da geht's schon wieder weiter. Ah, hallo. Sind da Fallen drin. Sicher ist sicher. Achso, und bitte jetzt noch nicht auf die plus 3 Pfeile. Scheinbar nicht. Ah, doch. Ja, dann schauen wir mal. Okay, noch mehr Pfeile. Und Tränke. Ja, klar, jetzt Tränke sind, glaub ich, keine schlechte Idee. Schau dir noch mal die Pfeile kurz an. Wieso kriegst du die nicht mehr identifiziert, sag mal. Du hast ja schon mehr als genug davon gesehen. Ja, komm, lass mal dann grad hier identifizieren. Da hab ich nämlich grad tatsächlich, äh. Uh, okay, es sind plus 3 Pfeile, alles doch. 3 Pfeile sollst doch, die sollst doch mittlerweile mitnehmen können, oder mitkriegen können. so. Bitteschön. Ja, da haben wir, glaub ich, alles. Zumindest in diesem Raum. Okay, Ziere, nichts von Interesse mir scheint. Ja, das hatten wir aufgemacht. Ah, da geht's weiter, okay. Trotzdem sollst du vielleicht mal eine Runde nach Fallen suchen, hier. Ich ja nicht glaube, dass hier groß was drin ist. Auf den Trifftrollen. Hm. Ich liebe Dungeons. Uh, als Magenschwacht plus 3. Cool. Eigentlich. Äh, kann ich von Clara drücken? Ja. Schade. Ja. Ich würde neun Meter, ja. Obwohl sich das wahrscheinlich auch noch irgendwie lohnen wird. Na ja, ich packe es mal ein. Dann schauen wir mal weiter. Wahrscheinlich werden hier auch Bücher. Geschichte von Tiefwasser. Ah, da kannst du was befinden. Na ja, das ist ein Schutzform. Okay. Geschichte von Arm. Und noch mehr Tiefwasser. Gut. Ah, ich glaube, ich wollte auch einen Stab der Lähmung eigentlich abgeben. Du könntest da ja was mit anfangen. Was aber? Ja, ich glaube, auch das könnte ich mal nutzen. So, hier kommt da rein. Dann haben wir hier alles Interessante. Und noch ne Schutzformel. Auch das, ich glaube, ich sollte so sagen, wirklich jetzt bei den nächsten, oder gerade beim Endkampf, der wahrscheinlich dann auch auf uns wartet hier gegen Heffernan und oder Kayla wirklich auch mal einsetzen. So, auch das hat sich hier nochmal gelohnt. Okay, wir haben noch ein paar Fläschchen drin. Ich gehe mal davon aus, diese Tränke sind nicht umsonst da. So. Diese Drohnenkoffer sind so gut wie leer. Ihr Inhalt wahrscheinlich von Plünderern aus den Reinhauer Verbündeten entwendet. Ah, da ist eigentlich nichts drin. Da ist noch was, sehe ich gerade. Geschichte des Bösen. Gut. Ja, da geht's nach unten. Ich glaube, in den Fässern war nichts mehr von Interesse. Nö. Okay, noch hier haben wir unsere Leute. Sehr schön. Ah ja, wir sollten wegen der Gefangenen ja nochmal schauen. Stimmt, stimmt, stimmt. So. Ein gewaltiger Haufen Schutt füllt den Durchgang und verhindert, dass irgendjemand die äußeren Bereiche des Untergeschosses von Burgdrachensperr erforscht. Fies. Hier wahrscheinlich genauso. Ja. Alles klar. Dann schauen wir doch mal weiter. Ja. Whatever you like. Ein paar Gemächer. Eine offene Wunde im Antlitz von Mutter Erde. Wenn ich könnte, würde ich sie stopfen. Nichts von Interesse, leider. Ja, hier, das mit den Dingern. Ah, hier sind wir. Okay, gut, dann brauchen wir jetzt ja nicht mehr zu weiter zu suchen. Stimmt, jetzt fällt's mir erst auf. Gut. Gut. Hä? Steht ganz oben auf meiner Liste. Was ist das für eine magische Aura? Ich spüre mächtige Verwandlungsmagie durchdrucken von Bosheit. Aber Religionsmagie ist im Spiel. Wir gehen lieber vorsichtig voran. Kommen wir jetzt schon zum Endkampf. Deswegen, wenn ich mal auf den... Öh... ...auf die Zeit schaue, brauche ich noch irgendwelche Vorbereitungen. Dann... Hm. So. Jaja. Ähm. Dann will ich auf jeden Fall noch einmal kurz speichern. So. Hier seid ihr, glaube ich, alle vorbereitet. Gut, wir gucken mal und wenn es halt nichts wird, laden wir hier nochmal und buffen und bereiten uns entsprechend vor. Ich werde den Kampf anführen, Corporal. Folgt mir, wir gehen rein. Gut gesagt. Öffnet die Tür, Soldaten. Die Schindel-Ladies-Krusade endet jetzt. Und so haben wir den Ende einer langen, langen Reise. Wenn ihr nur die Zerven, die ich gemacht habe, um uns zu diesem Punkt zu bringen, sind alle wertvoll. Ich bezweifle nicht, dass ihr nur getan habt, was ihr für das Richtige hieltet, Kaylar. Doch eure Bemühungen haben nur zu Chaos und Zerstörung geführt. Ergebt euch jetzt. Viele Soldaten haben ihre Leben geholfen, um dich zu stoppen, Kaylar. Seine Zervenzungen sind diejenigen, die wichtig sind. Die Veränderung ist auf uns. Groß und rechtliche Veränderung. Du hast mir gemacht, um mich zu tun, so mach es. So, jetzt ist unsere Zeit. Fernan, du hast mich in deinem Spell, auch. Ich kann nicht mehr so gehen. Ich habe jetzt? Wie gestreckend für dich. Du musst nur aufstehen und warten, als mein Plan erreicht. Dein Plan? Was bedeutet das? Pepperdinein, was machst du? Du wirst schnell herausfinden, mein Puppet. Als die Devils anfangen, ihre Reise in diese Welt. Blieb, Bosspawn. Blieb für meinen Meister! Die Geist helft uns alle. Sie haben den Portal zu den neun Hellen geöffnet. Aus! Alle, raus! Und holt jetzt die Puppete an. Lied sie! Es ist kein Zeitpunkt. Wir müssen sofort die Puppe anbieten. Die Devils könnten diesen Ort auf jeden Fall fliegen. Pepperdinein, was hast du getan? Ich werde ihn nicht korrupten lassen, indem er eine Armee von Fienden zurückbringt! Crusaders, mit mir! Avernus! Der erste Pit der neun Hellen, schlägt deine Säden. Der Stench von Brimstone und Kördelt Milch schlägt deine Nosträls, schlägt deine Nosträls, schlägt deine Tongue und Throat in eine Nausea-inducing-film. Die Bitter-Mohne des Dammes schlägt dich, schlägt dich aus allen Seiten, schlägt. Die Bitter-Mohne des Dammes schlägt dich, 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 schlägt dich. In der Schöne der Läden, du hast dich in der Schöne geplant, zu den Schöne geplanten, und der Schöne ist noch nicht vorbei. Crusader-Corpsen schlägt die Boden um dich, aber von Kaila selbst, ist kein Zeichen. Okay. Äh, wir haben einige Aufstiege, wir haben einige, die hier rumballern. Was macht ihr? Ja, ja. So, ähm, also du hast auf jeden Fall ein, äh, Level Up. Sehr schön. Äh, du kriegst ein paar neue Zauber. In Ordnung. Schauen wir doch vielleicht gerade mal. So. Hm. Ja, ich glaub, wir nehmen nochmal Heilung. Wo wir eigentlich einen Haufen Tränke haben. Dann auf dem dritten gab's noch eins, ne? Hm. Was denn mit Magie fehlwirken? Da war nur eine, äh, schade. Wie ist denn mit Unsichtbarkeit aufheben? Schauen. Hm. 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 Feuerelementer. Was ist Heilung? Angrage und Verletzungen. Hm. 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 Ich glaub, wir gönnen uns mal ein Feuerelementer. Da haben wir was Elementar und Feuerelementer. Eventuell. So. Habe ich's eingeprägt? Ja. Gut. Was habt ihr dieses Mal für mich? Dann würde ich sagen, schauen wir uns hier das nächste Mal noch ein bisschen um. Ich bin am lieb fürs Zuschauen. Auf jeden Fall. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao. Bis dahin.